Ich weiß schon, warum das ein Ding nimmt. Sonst kriegst du das nicht rein und schüttest das auf, was wir woanders sind. War das jetzt die erste Betankung? Ja. Und erst mal nur einen Schluck. Und live festgehalten. Weil sich das ja mit dem Vollsynthetischen noch mischen soll. So Konrads Spezial reinkippen hier vom Pipi Langstrumpf, das Zeug. Ja, ja. Konrads Spezial. Das ist ein Alltag. Das finde ich auch noch ein bisschen komisch hier, sonst gefällt mir das nicht. Da hast du unten den Schluck. Jetzt ist es wieder zu. Ist ja wie so ein Ding, wie bei der Muttersäge. Ja, ist ja auch eine. Vom Rasen her, Mann. Ist das für mich? Da hast du mich in den Finger. Also, eben noch besser angesprochen. Ah. Komm schon, die Spiele nach vorne. Der lebt. Komm schon, der lebt. Komm schon, der lebt. Da hast du ja dein Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Da hast du ja dein Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Ja. Ja. Läuft doch mal schön ruhig. Kannst du den mal hochhalten? Steh auf. Warte, ich könnte sehen. Ja, jetzt mach du. Dann tu doch mal hoch. Warte. Ja. Warte. Überholbünkel. Okay, die wird festgemacht. Ja, reicht. Reicht? Na ja. Ja, dann eins mal schön. Muss ja nicht noch eingelaufen werden. Die ist eingelaufen. Ah. Ohhhh. 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 Witzig. Schaffst du den Merko? Sehr witzig. Ich will's doch nicht probieren. Doch. Ohhhh. Oh, der fährt sich aber geil. Und dann, mach hier steiler. Ohhhh. Jaaa. Jaaaa. Da merkt man die Kilozahl ne. Da wackelt ja gar nicht mal am Rasen. Echt wie ein echter Auto. Echtes Auto. Kannst du auch damit rumdrehen? Was ist jetzt umdrehen? Überschlagen oder was? Seid, wer wird nicht kaputt gefahren? Da hängt hinten die Drecksdienst. Wechseln. Ist das ein fettes Teil? Er zieht ein bisschen nach links. Hauptsache, er zieht ihn nach oben. Da liegt ja wie ein Brett auf dem Rasen. Mehr Power hat der X-Maxx, also das merkt man schon. Ja, das ist ja lecker. Und ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich keinen Rückkehrsgang mehr habe. Kannst du dich mal eben zurücksetzen? Ja. Das muss man mit Graben schaffen. Und tschüss. Ich bin nah drin. Ich bin nah drin. Meine Güte. Wo willst du hin? Den wolltest du aber ganz lassen heute, oder? Ja, hatte ich vor. Das war. Das war für dich doch geil. Das kann man auch sagen. Das werde ich so mit der Kamera vielleicht gar nicht eingefangen kriegen, aber man kann nur sagen. Das ist eine schöne Action-Kamera von Sony. Da wollte ich mir noch eine Halt umbauen. Ja. Kann man jetzt auch einen anderen Vergaser, einen anderen Auspuff und so. Das macht man auch irgendwann aus. Eine Übersetzung. Wir haben ja nur zwei. Hallo Leute, da komm ich mit der Kamera nicht. Hallo. Hallo. Halt aber. Mach den. Das ist auch, glaube ich, besser so. Ja, weil Alu verbiegt sonst, dann bleibt das so, der Kunststoff ist etwas wehnbar, sag ich mal. Oh, da waren die Dinger wieder. Oh, da waren die Dinger. Kannst du auch mal hierher brettern? Ja. Ich wollte ja gar nicht filmen hier. Das ist, glaube ich, besser, wenn man sich in der Nähe von dir hinstellt. Das ist, glaube ich. Oh, der Wasser kaputt so. Oh, ich glaube, den kriegst du so kaputt. Ja, prima. Kannst du mal einpacken, nehme ich mit? Dankeschön. Für 800, das ist deiner. Nee, auch nicht. Ja. 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 Ja.